ja moin moin leute heute geht's dabei wieder der beliebte und allseits bekannte ich habe ich auch bestätigt los geht's straftaten leo caruso waffender raubüberfall körperverletzung schwerer diebstahl strafmaß acht jahre haft davon sechs jahre verbüßt persönlichkeit selbstbewusst aufbrausend sarkastisch vorgeschichte leo wuchs in ein weisenhaus und schlug sich früh eine kriminelle laufbahn ein als er einen berühmten diamanten stehlen wollte ich alles fürchterlich schief jetzt muss er aus den gefängnissen kommen und die dicke für seinen sohn seine frau und sich selbst gerade biegen ach das ist voll mein charakter drückt mal links ja ich muss nach links drücken es geht nicht mit maus und dann so jetzt bist du dran ok unterklagung mord von vincent moretti alter 43 14 jahren noch mehr national diszipliniert zu fast jahr abfluss seines finanzstudiums und er hat mit seiner high school umgebe trat vincent einen job im bankensektor an sein leben geriet aus den fugen als er durch die aussicht auf schnelles geld in die welt des organisierten verbrechens hineingezogen wurde ja sehr schön du bist jünger das passt auch also aber schon die richtige ball getroffen genau die hv passt bloß nicht was ähnlich ja ich hab mal e gedrückt du hast auch schon den haken spannend ja die lade ist das wieder geht mit beiden sachen und mich ist wahrscheinlich bei 70 ja cool ich bin beides was ist das ist geil ob der spiel song ist ja stand in line for aber guck mal da oben stehe ich guck mal da links oben siehst mich da hinter den polizisten das bin ich mal leo geht jetzt gleich von zauern weg finde so weitermachst jetzt wieder weggegangen ich kann jetzt auch mal da noch mal kurz leo guckt wieder auf dich ich habe ich glaube wenn wir so weitermachen brauchen wir diesmal aber nicht drei folgen das war drei tage ja drei tage die folgen die folgen ja dann noch ich stay strong das ist ja ich finde den in-game-song ein bisschen leise aber ich kann meinen ohren sprechen ja ich kann meinen ohr ansprechen du musst du sagen du hast da noch einen knifft rum Ich kann nicht sagen, ich bin hier. Ich bin nicht in hier, Mann. Was ist das, was du an diesem Ort wissen? Es ist schlechtes Neues, Mann, schlechtes Neues. Wirklich? Du bist ernsthaft? Das Schlimmste Fehler in meinem Leben ist, dass ich hier meine Arsch schocken. Das Schlimmste Fehler! Ich will keine Probleme, einfach nur mich allein. Entschuldigung, ich versuchte dich einfach. Oh Mann, ich bin der schwerste Typ. Was? Sprinten, aber das geht hier noch nicht. Muss ich wie bei Blues Brothers hinter der Linie stehen bleiben und dann nach vorne mich fallen lassen? Warte, nein. Nein, warte mal, ich muss mal kurz. Mal sehen, ob das geht. Ich habe einen krassen Fehler gemacht. Wieso bist du jetzt... Ich bin raus, ich bin frei. Oder was? Ja, ich bin jetzt auch da. Ah, jetzt ist das Sound besser. Ich habe eben gerade über die Lautsprecher meines Fernsehers gespielt. Und habe mich bewundert, ob ich nichts hören beim Kopfhörer. Ja, das habe ich ja bei dem letzten Teil von Forrest gemacht, ey. Und dann habe ich das nicht im Stream gemacht gemacht. Wie scheiße ist das denn jetzt? Und ich drehe die ganze Zeit die Kopfhörer lauter und höre nur über deine Sprüche lauter. Du könnte viel leichter spielen. Was ist das? Ich habe dann sowas. Und meine Sprüche wurde verletzt. Ich habe dann gewandert. Und meine Sprüche wurde verletzt. Oh, das ist okay. Es ist das, dass du bist. Du machst das mein Leben aussehen, wie du toll bist. Danke für deine Unterstützung, verdammt. Oh, guck mal, bei dir merke ich gerade. Oh, ich kann mich sogar auf die Bank setzen, du, ich warte mal kurz, bis du kommst. Ja, ich zieh mich jetzt aus, ich mach mich schnappisch hier. Ah, das seh ich gerade bei dir. Hey, sensier, hey, hey, hey. Hey, 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 was machst du da? Alter, alter. Ein bisschen kurz, hängt nicht durch. Es ist also kein Soliel, Silvester Stallone. Oh, du hast Ärger. Das macht doch Spaß. Oh, du hast einen neuen Freund? Ja, mehrere. Ach, guck mal, ich seh dich. Oh, Mr. Direktor. Den kann ich auf den Kopf schmucken. Jetzt machen wir keinen Stress hier, Bruder. Also, ich hab zurzeit eine entspannende Situation, glaube ich. Aber meiner, der geht echt ganz entspannt, das muss man ja mal sagen. Hat die Ruhe weg, ne? Ja. Ah, nun die Dome. Come on, get up the stairs. Iiii. Man konnte den Viehmann sehen von dem, der da oben war. The hell is that? He'll sitch you. Geh einfach mal weiter hoch. Keine Ahnung. Oh, gleich hier beim Ausgang habe ich eine Zelle gekriegt. Schön. Get dressed. Ah, du bist die 49. Ja. Dann bin ich wahrscheinlich die 48. Aber ich unterhalte mich noch mal ein paar Jungs. Oh, der hat ein schönes Flugzeug an der Wand. Könntest du auch mal fliegen. Ich bin die 41. 48? Nee, 48. Das ist richtig, genau. Das ist richtig, genau. Du hast wirklich eine schöne Nase. Das muss man ja mal sagen. Ja, hab ich schon mal gesagt. Ja, MT, was ist das denn? Recht? Maus-Button? Oder was? Ich sehe da jemanden. ein bisschen stärker. Gut. Du musst ihn stärker. Nein, ich bin nicht okay. Ich bin so depressiver. Ich kann nicht schlafen. Du solltest etwas machen, das wird dich in der Sell般. Gibt es uns интересlich. Ja. Wieso wird du das machen? Es ist schön und ruhig da. Wenn du da nicht schlafen kannst, dann kannst du auch nicht schlafen. Was bist du? Ich will meine Minderheit in solitär. Kein Angst, kein Gain, Mann. Boah, scheiße zehn Klimmzüge hier drin kriegen. Weißt du, dass du keinen Sport machen darfst? Boah, ich kann mich nur unterhalten. Ah, das reicht drei, ich muss ruhig sein. Wahrscheinlich gibt es bei vierzehn den Droppen. Hast du nicht geschafft? 13 Stück habe ich gemacht, das war aber schon ein kühler Reiz. Ich bin schon ganz komplett von diesen Klimmzügen, Ernst, du. Du musst dich ganz schön ticker nehmen. Hey, yo, Mann. Hey, yo, Mann. Ich bin schon ganz schön. Wer hat das? Die Schlafen und die Schlafen. Wer hat das? Die Schlafen und die Schlafen. Wer hat das? Das ist gut, Mann. Das ist gut, Mann. Ich spreche. Natürlich sind die Schlafen. Schlafen ist meine Schlafen. Schlafen ist mein Schlafen. Du bist glücklich. Oh, ich kann auch Spaß machen, wie ich gerade. Why don't you come back to us in a couple of weeks, when you really understand, how the guards run this place. Ich hab ein paar Kinnzüge. Ich hab dreizehn Stück geschafft. Du hast deine eine Ecke oder was. Natürlich. Ich bin ja um. Oh, Mann. So. Na, mal sehen, ob ich noch zwanzig schaff. Ich glaub, das wär das längste Spiel, was wir hier gespielt haben. Wenn wir so weiter auch. Alles, alles probieren. Natürlich. Ich hab mein zwanzig. Ihr kommt, ihr verpizzt euch. Ich will hier durch. Ich muss jetzt hier... Was willst du, neue Fisch? Scheiße. 90 hab ich nur geschafft. Was für ein Scheiß. Haha, das bin ich. Haha, das bin ich. Was? Ich schaffe locker zwanzig. Oh, 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 oh. Warte mal. Was ist bei dir eh nicht? Ja. Okay. Okay. Pass mich hier nicht durch. Pass mich hier nicht durch. Ja, sicher. Ich würde es gerne sehen. Ich würde es gerne sehen. Ich würde es gerne sehen. Aber dieser Mann, wenn er mich anschaut, wird er seinen Gehirn verbrechen. Trust mich. Ich kann nicht alles vergessen. Ich bin einfach nur vor der Samstag. Ich muss hier ganz kurz aufhören. Wir holen dich nicht durch. Die sitzen da drüber, Ich kann dir alle anquatschen. Ich kann dir alle anquatschen. Ich Quatsch dir alle voll hier. Can I, ich muss jetzt 20 machen? Corona, ich muss jetzt 20. Ich bin nicht interessiert in jemandem. Ich mache mich selbst klar. Was auch immer, komm her! Na, bei zwölf und am kommenden Tage. Ja, aber ich bin schon bei 14. Ja, komm! Dicker, dicker, dicker! Ich weiß nicht, was ich auch schon Muskelkater am linken haben will. Welchen linken? Ich habe beide. Deswegen bin ich hier umgestiegen. Ich habe mich, glaube ich, schon mit jem gequatscht jetzt. Hey, Fisch! Wer ist der Größte? Warenstützer! Entweder du oder wir haben die Auszeichnung gekriegt eben. Ich habe Dingser hier und meine gemacht. Ich bin geil. Oh, Sit-ups! Man muss ja richtig fit sein. Ist nicht dein Ernst! Ey, Mann, ist ein Kerl! Okay, mache ich auch noch anders. Immer 20 oder was? Ich weiß nicht. Ja, natürlich. Ich habe eben nur 13 gemacht. Ja, du musst 20 machen. Immer mal Klimmzüge. Ja, ich habe doch mal den alles richtig. So, Summer Games. Wie ist die Freize? Ich habe aber voll schon bereit sind. Dann hätte ich jetzt einen 20 eigentlich. Ich weiß nicht, 20. Das sind die Brüder. Vielleicht sind die Zahlen ja auch unterschiedlich. Wollten Sie mal? Guck mal, du hast da 30 schon, ne? Oder? Hallo? Ich hab 30 Sit-Ups, du auch? Ich bin hier, Versuchung 20. Das wird nichts. 16, komm, das reicht, ich hab keinen Bock mehr. Ich muss nur noch einmal kurz fertig machen. Mal sehen, auf mir, Herr Schaff am 16. Hast du da was gegeben für die 30? Ne, ne? Ne, du musst wahrscheinlich so einen Trainer ansprechen. Weil der hat mir vorhin gesagt, du schaffst bestimmt keine 20. Und dann hab ich gesagt, komm, das schaff ich locker. 16 ist, glaube ich, schon ganz gut hier. Ich hab keine Trainer, hier sind nur alles Flachpixer. Ja. Du bist so ein schönes Muskeltraining. Ah! Muskeltraining aufbauen. Doch. Es ist weiter. Ja. 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 Ja, wir müssen so ein schönes Muskeltraining machen. 14. 14. Ah ja, der ist fertig, ich schaff nur 14. Was hab ich eben gesagt? 16 oder was hab ich gemacht, ne? Ja, ich hab 14 nur geschafft. Was geht hier? Ja, hier ist ein Kiropr那我們. Ja. Ja. Warum, ich hab keine Ahnung hier oder was? Ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Sssst! Kannst du das hören? Ja. Ja. Laute. Da ist eine Laute, aber du kannst es nicht. Ja, da kannst du nichts hören. Ja, da kannst du das hören. Ja, da kannst du die Körperspixer und alle möglichen. Ja. All das machen kannst du mal. Physiopraktiker haben sogar hier. Cool. Ah, ich kann runterkommen. Baseballfeld, guck mal. Warst du schon mal beim Baseballfeld? Da kann ich mich prügeln wahrscheinlich. Yes, jetzt geht's los. Ja, komm her, komm her, ich brauche dich. Ja, ich bin schon zufrieden. Aua. Jetzt kriegst du wieder auf uns hin. Guck, hier. Hast du gesehen? Ja, du bist gut. Hast du gesehen? So geht der Arz. Ja, du bist der Beste. Oh, da ist der Zacherlund, glaube ich gerade. Hier, gib mir den Rest. Ah ja, du hast gewinnt. Ja, der Zanno ist super. Oh. Ich war das nicht. Nichts mehr zu tun. Wie habe ich denn ein Feinchen? Der hat mir gar keiner erwischt. Was habe ich für eine komische Nase? Was bist du so unfreundlich zu mir hier immer? Mann, ich bin cool. Kann wohl nicht abgehen. Komm da zum helfen? Hm. Sieht lecker aus. Ich habe hier so ein Punkt. Ich glaube ich muss da sitzen. Das war gut. Ich habe hier so einen Punkt. Ich habe hier gewonnen. Ich habe hier den Kaffee. Wie ist das Kaffee? Wie ist das Kaffee? Wir haben es nicht noch nicht geniht. Das ist es? Ja. Was ist das? Das ist ein Ressort? Hey, du. Hier bin ich. Du musst ihn doch wehren. Du musst ihn doch wehren. Ich habe hier. Ich werde nur etwas besser. Das war's. 4 sie im Regal ich darf nur mit Sachen schmeißen, das ist geil äh, irgendwie, äh, sieht's bei mir nicht so gut aus gerade bei mir auch nicht, ich war jetzt mit Wetter zu stecken ja, come on oh was tut ne FSK an? äh, ja, was denn? FSK 12 oder so Was ist das? Hahaha Was ist das? Was ist das? Ja, 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 danke. Nice Pickel, oder was ist das? Umdreher, glaube ich. Du siehst aber komisch aus, wie du überlegst. Doch, 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 doch. Ja, 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 ja. Entschuldigung, ich bin nicht interessiert. Du weißt, was, mach es, ich mach es mir selbst. W-w-w-w-w-wait. Was? Du kannst nicht einfach rauskommen. Natürlich kann ich nicht. Wir werden beide in der Hohle gehen. Na, ich habe keine Wahl. Gut, gut, ich helfe dir. Nur nicht getrennt. Okay. Du kannst deine Augen schärfen. Ja. Was kann ich für dich tun? Hey, Mann! Ja, die Wache haut jetzt endlich ab. Ja, jetzt muss ich die rüberholen, sonst kann ich da nicht vorbei. Ach, da hast du eine Jalousie vor. Du musst mir helfen. Dreh dich mal irgendwie nach links. Kannst du da was gucken? Da. Klaufe mal ans Scheibe. Das war's. Es ist heiß. Schau mal an, was du mir machen sagst. He 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 Don't sting Gonna need so much Better head to the bathroom Anything else? Yeah, I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? I can't really place it. I mean, it feels like it's all over. You know, it's really bad. Let me know you can be more specific. I'm going to read it. You know, I have seen that there was. Yeah, I was. Yeah, I was. I got to go. You are going to be there. I got to go. I got to go. I got to go. I got to go. Of course. I got to go. Clever. Ach, das ist ein... wie heißt das nochmal? Pfeile? Stemmeisen oder wie heißt das nochmal? Ne. Weiß für die Holzbearbeitung, wo man hinten mit dem Arm draufhaut und nicht mehr so. Ich weiß, wie hieß das Ding? Wie hieß das denn? Stemmeisen. Doch, ne? Ja. Ja, Stemmeisen ist das. Ja. Hast du schon deine Klimmzüge heute gemacht? Ne, aber ich bin immer noch Muskelkater. So, was ist dein Plan? Entschuldigung? Ich weiß, was du wirst. 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 Komm schon, jetzt. Hey. Was? Ich weiß, was du wirst. 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 Hey. Ich weiß, was du wirst. 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 Super Nase. Werden wir das schon richten. Ja. Ich weiß. Ja. Werden wir es. Ja. Es ist mein Plan. Und ich entscheide, was geschieht. Du hast das? Ja. Whatever du sagst. Ich meine es, Mann. Du f***st das, ich werde dich selbst töten. Ja, ich verstehe. Also, was ist dein Plan? Du wirst schnell wissen. Das war alles, oder wie? Ich habe jetzt auch gedacht, spielst du schon durch? Das klingt aber schnell. Was kommt als nächstes? Ja, dann stürzen wir uns nochmal. Oh, wir tegst du, oder? Dann müssen wir nochmal eine Runde Schatz spielen. Hey, Leo. Du hast wirklich nicht einen Plan, hast du? Was sagst du? Natürlich habe ich das. Du hast eine Idee. Ich gebe dir das. Ich habe dich raus, nicht ich? Was bedeutet, dass ich mich raus? Wir haben uns raus, zusammen. Ja, ja, sicher. Aber wenn es nicht für mich war, du wirst immer noch da sein. Keine Ahnung, dass ich deine Runde schraubt. Twice. Ich weiß nicht, dass die Runde schraubt meine Runde schraubt. Aber ich gebe dir das. Es hat sich geholfen. Ein bisschen. Ha. Vincent. Ein bisschen. Genau. Ein bisschen. Fred. Ich bin. 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 Ich muss auf der Runde. Kannst du machen? Es wird kostenlos. Du hast es. Ich bin. 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 In deutsch heißt das Ding Meißel. Es ist schwer zu arbeiten hier. Ja, es ist nicht so gut. Wir sollten uns die ganze Runde zerbrechen? Ja, ziemlich viel. Es wird lange dauern. Du hast das gemacht, Neubi. Es ist schwer. Das macht mich immer wütend. Du hältst hier. Ich höre, du bist der Typ, der weiß, wie zu holen. Na gut, auf was du willst. Ein Rekordspieler. Kannst du dir helfen? Entschuldigung, Mann. Der einzige Ort mit einem Rekordspieler ist der Wardens Office. Und wie viel kostet das? Geld wird dir hier nicht helfen. Der einzige Weg nach dem Wardens Office ist, den Mann selbst. Ich denke, du findest einen Weg, seine Atenung zu bekommen. Einen Platzspieler konnte ich leider nicht besorgen. Kann man damit nicht irgendwie... Strom kurz Schluss machen, oder? Ne, wir müssen irgendwie aufs Zag rauf, oder so. Ja. Ich hab' erst gedacht, die Räuberlage, oder so. Cool gedrückt, oder was, ja, ne? Ja, aber irgendwann stand da mit... Bei mir stand irgendwas mit brechen. Brechen... ...und wünschen. Brechen da! Ja. Ja, aber wie brech ich? Brückt ziemlich doll nach unten. Okay. Bringt mir nix. Weil was heißt brechen, oder heißt das abbrechen? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit für brechen. Ne, glaube ich nicht. Ja. Ja, weil ich dachte... Ehe, weil... Das war vorhin auch, da konnte ich nicht essen, und eh ist es nicht. Also ich hab' jetzt alle... Ich hab' alle Tasten bei mir ausprobiert. Auf, äh... Ich hab' noch mal Ehe, das ist... Ne, ähm... Könnte das ja sonst... Sag mal dann noch... ...und... 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 ...wag... Ach, warte mal, warte mal, tut dir mal fest! Ich hab' glaub' ich was rausgefunden! Muss ich deinen durchbrechen? Ja, und nicht da jetzt! Halt' ihr mal irgendwie und... Hey, gerade! Hier! 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 Wie hast du was gemacht? Eben wir losgelassen, dann kam da eh fürbrechen. War'n bisschen komisch. Guck mal bei dir eben zu. Bei mir kommt kein Brechen mehr. Na gut. Du kannst dir jetzt neun holen, wahrscheinlich. Gar nicht! Hey! My broom is broken! Just stay here! Alright! Ach, der geht und holt einen! Ja, sauber, dann kann der andere... ...hier irgendwo hoch springen. Guck mal, der guckt da so hin! Ja, guck mal hier! Ich kann jetzt hier rauf! Feuerwehrleiter! Ja, komm her! Geh! Grab' meine Hand! Hä? Ja, darum haben wir es jetzt gemacht. Ja! Anyway... Du wolltest nicht! You! What are you doing? Nothing. Just uh... Looking around. I got you a new broom! Come here! Sure! Now get back to work! Yeah! Alright! Just need to get back again! Ich brech' den nochmal durch oder so? Ja, was musst du machen, sonst komme ich da nicht weg! Ne, warte mal! Ich kann oben rüber! Warte mal! Ich weiß, wie ich wegkomme! Gucken nur kurz, ob hier das Brechen wiederkommt! Ne! Fuck! Fuck! The guards are looking this way! Du musst die Wache ablenken, jetzt! Die da unten ist, die jetzt rumrennt! Wo die... Der gesagt hat, die soll jetzt den neuen Besen holen! Ja! Ich lauere den mal voll! Ich lauere den mal voll! Ich lauere den mal voll, weil der muss... Jetzt woanders sinken! Weil sonst... Ne, ne, zurück! Die andere Wache! Ja! Die ist auch markiert! Ja! So, jetzt kann ich rüber! Hey, can I ask you something? What's up? Ja, sehr gut! Ist es nicht so, dass du einen Besen holen bist? Ich meine, du bist hier, immer mit uns? Bist du ein Besuch? Was ist mit der Attitude? Okay, guck! Die Leute haben hier immer wiederkehren. Manchmal schlafen sie, wenn du was sagst. Es ist leicht zu sein, wenn du hier ein Besuch bist. Was war das? Nichts. Ich lasse dich allein. Ja. Du besser das tun. Natürlich, es ist lockt. Vincent. Halt mich raus! Du musst mich jetzt irgendwie rauslassen. Wie geht das? Geh mal um die Ecke rum! Ne, andere Ecke! Reisel zu mir! So, jetzt hier, zack, zack, zack! Da! Andere, nein! Zurück! Und dann zu dir die Tür! Hier! Hier, ich klippe fest! Moment! Ja, ja! Da, die Tür da! Und da musst du wahrscheinlich mit deinem Besen irgendwo dazwischen jetzt! Ach je! Siehst du, jetzt geht das! Check! Check! Jetzt komm ich hier raus! So, jetzt kann ich die Meisel abgeben, siehste! Hey, Leon! Hey, Leon! What's up, Fred? I got something special for you to read! Hope you like it! Sure I will! Oh, Dino! Oh, Dino! Kommt einer! Kommt einer! Ja, ich hab das schon weggepackt! Hey! 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 What are you doing, you piece of shit! Stop that right now! Hätte ich doch warten müssen! Schade, ich bin doch noch weiter! E gedrückt! Ich hab eigentlich E gedrückt! Weil es kam wieder ein E und dann hatte ich immer wieder... Ja! X! Schauen! Was X saß denn? So geht das! Jetzt kannst du mir die quatschen! Ich liess mein Buch zu lange! Hey, es geht nicht nochmal! Okay! Na, ich kann doch gucken! Na, war jetzt nicht meine Schuld! Stop busting my balls, man! I'm not doing anything! Ja, da kommt der nächste! Von meiner Seite her! Deswegen war gut, dass ich gucke! So, jetzt musst du aufpassen! Jetzt fang ich an! Obwohl, der wird wahrscheinlich gleich wieder zurückkommt, ne? Ja! So, jetzt darfst du wieder aufpassen! Ja! 5 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 6 5 6 6 6 5 6 5 6 7 8 8 10 11 11 10 12 15 13 14 15 14 15 16 15 15 Oder so. Ne? Ja, sieht so aus. Auf allen Seiten kommt keiner? Ne, nur da. Ah, du bist voll laut. Achtung. Stopp. Ja, der zweite kommt jetzt ok. Mh. Kannst du ihn überhaupt ablenken? Ne, im Augenblick nicht. Dann guck erstmal bei mir rein. Nicht X drücken. Ja, hab ich schon gemerkt. Nicht auf den Klo gehen. Ja. Ja. Bei dir ein bisschen zu... Ach nee, ich muss ja Waffe halten. Ist doch so interessant bei dir. Ja, vor allem wenn man das über die Tastatur macht. Es geht einfacher. Take care. Ja komm, ich hab ja noch... Jetzt. So, jetzt muss ich dir das Werkzeug geben, glaub ich. Dass du das gleiche machst. Oh, ne, ne. Doch. Easy peasy. I'm on my way. Just clearing my head first. Oh, ich bleib in der Zelle. Mach alle eine. Ich kann das Werkzeug geben so immer machen. Jetzt. Nein, mach keine. Lass ihn vorbeilaufen. Ich will dir ein bisschen nerven, damit er denkt, den Gang gehe ich nicht mehr lang. Der quatscht mich jedes Mal voll. Jaaa, ich hab die... Ich wollte rausgucken. Da war aber rechts, dass ich das Werkzeug hier gebe. Also wieder falsch gemacht. Kommt da einer noch bei dir? Den Gang. Ja. Und da ist halt eine Taschlampe. Dann gebe ich doch bestimmt nicht. Ja, du darfst die Hand doch nicht raushalten. Weiß ich denn, wie ich die wieder wegnehmen kann? Abbrechen. Ja, stimmt. Cool, wenn das sein könnte. Jetzt kommt bei mir einer. Erst mal warten. Du darfst den wieder vollquatschen. Nein, du darfst nicht. Kannst du gerne machen. So, jetzt aber. Jetzt bin ich derjenige, der gucken darf. So, jetzt bin ich derjenige, der gucken darf. Hehehe. He? Left mouse button. So, jetzt kannst du abbrechen. Ich lenke ihn mal nicht, dann kann er gleich weitermaschieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss erst mal gucken, ob der andere kommt. Ja, kannst weiter machen. Was ist denn Bewegungstasten? Was soll das denn? Ja, hier, äh, die Falltasten. Im Kreis einfach. Warum muss ich dir bei deiner Schau irgendwie helfen? Hehehe. Du kannst abbrechen. Abbrechen. Er ist grad bei mir. Okay. Mach mal einen Augenblick. Jetzt kommt er wieder zu dir vorbei. Ja, jetzt kannst du rumschlagen ohne Ende. Ja, ja. Habe ich eben auch gemacht. Immer schön die Tasse E drücken. Mal sehen, was jetzt kommt. Nichts drüber geben. Okay. Ich bin gespannt. Okay. Okay. Schickle up. Lights out.